Der abstiegsbedrohte Bundesliga-Tabellenletzte 1. FC Köln ist angeblich an einem Leihgeschäft von Fußball-Weltmeister André Schürrle, 26, von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund interessiert. Köln, der Kicker berichtet am Donnerstag von einer Anfrage der Kölner. Der Berater des Offensivspielers dementierte die Meldung allerdings umgehend. Ich habe kein Angebot für André Schürrle vorliegen. Wenn André ein Angebot vorliegen hätte, dann wüsste ich DAS, sagte Ingo Haspel der Deutschen Presseagentur.